Die 2017er Neuauflage des Samsung Galaxy J5 macht mit ihrem Alu-Gehäuse erstmal einen schicken Eindruck. Sonst gibt's Alu-Rahmung meist nur bei Mittelklasse-Geräten und nicht bei Einsteigermodellen wie diesem. Was ein bisschen stört, sind die etwas auffälligen Antennenlinien und die Plastikumrandungen an Lade- und Kopfhörerbuchse. Das Galaxy J5 gibt's in schwarz, gold und hellerem Blau. Das Display des Samsung misst 5,2 Zoll, stellt aber trotzdem nur HD-Auflösung dar, 1280x720 Pixel. Die Pixeldichte liegt bei 282 Pixeln pro Zoll, einzelne Bildpunkte sind so sichtbar, das Bild an sich wirkt unscharf. Pluspunkte gibt's aber, sowohl Helligkeit als auch Farbe und Kontrast sind gut. Die Kamera des Galaxy J5 2017 ist solide Mittelklasse. Samsung hat sowohl an Front- und Rückseite eine 13-Megapixel-Kamera verbaut. Vor allem die hintere Linse überzeugt mit einer offenen Blende. Die Bilder sind zufriedenstellend und können mit der Konkurrenz durchaus mithalten. Nur bei wenig Licht zeigt sich das übliche Smartphone-Problem, verrauschte Bilder. In puncto Speicher merkt man schon deutlich, dass es sich bei dem Samsung-Gerät um ein Einsteigermodell handelt. Von 16 Megabyte Speicherplatz sind nur neun verfügbar. Dank MicroSD-Fach kann man den Speicher aber erweitern. Es gibt insgesamt Stauraum für zwei SIM-Karten und eine Speicherkarte. Anders als beim Vorjahresmodell werkelt im neuen Galaxy J5 nun ein hauseigener Exynos-8-Kernprozessor. Etwas dürftig ist, dass der Arbeitsspeicher bei zwei Gigabyte bleibt. Zwar ist das Samsung-Gerät damit und mit der neuesten Android-Nougat-Oberfläche einigermaßen alltagstauglich, arbeiten aber viele Apps im Hintergrund oder auch bei Spielen, kommt das J5 ziemlich schnell aus der Puste. Ein weiterer Pluspunkt sollte noch erwähnt werden, wenn auch inzwischen selbstverständlich. Sämtliche LTE-Frequenzen sind enthalten, außer dem NFC und ein Fingerabdrucksensor auf der Vorderseite. Ordentliche Arbeit leistet der 3000mAh-Akku. Dieser hielt im Labortest mit gut 11,5 Stunden wirklich gut durch. Nachteil bei dem neuen 2017er J5 ist aber, dass der Akku nicht mehr austauschbar ist.